Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Unreal Engine. Heute gehen wir endlich das an, worauf ihr wahrscheinlich schon sehr sehr lange gewartet habt. Und zwar wollen wir aus unseren ganzen Animationen, dem Animations-Blueprint, der die Animation zusammenfasst und so weiter und so fort, wollen wir uns endlich einen Character-Blueprint bauen. Das ist dann am Ende das, also der Blueprint, der dann auch durch diese Welt gesteuert werden kann. Ähm, noch nicht dieses Level, oder diese, ähm, dieses Video, sorry, nicht Level, ähm, sondern wahrscheinlich erst nächstes Video, aber heute machen wir den großen Schritt und erstellen ihn. Dazu gehen wir einfach mal wieder in irgendeinen Ordner, erstellen uns eine Blueprint-Class und jetzt wollen wir hier einen Charakter erstellen. Warum kein Porn, warum kein Actor? Ein Actor ist einfach nur ein Object, das irgendwo rumlungert und nichts Besonderes macht. Ein Porn kann zwar Possessed werden und Input vom Controller bekommen, das ist ganz nice, aber wir haben das Problem, wir können damit nicht rumlaufen und dazu gibt's extra den Character. Wir haben mit einem Character so viel mehr Variablen noch, die wir einstellen können, zum Beispiel, wie hoch kann er springen, wie schnell kann er rennen und so weiter und so fort. Und das sind alles coole Sachen, ähm, und deswegen ist es sinnvoll, hier einen Charakter zu nehmen und keinen Porn. Aus Unreal Engine 3 kennt ihr vielleicht den Porn, aber hier wollen wir tatsächlich einen Charakter, also Achtung. Okay, so, wir nennen das ganze Ding Char-Blueprint. So, und wir sehen, dass es ein bisschen anders aussieht, aber ja, im Prinzip nichts Besonderes ist. Wir können einfach mal doppelklicken oder mit Enter öffnen und dann haben wir dieses wunderbare Fenster hier. Sieht sehr seltsam aus im ersten Moment, aber im Endeffekt ist es bloß wieder Viewport, Construction Script, Event Graph. Also nichts Besonderes hier. Und hier sehen wir dann auch noch einige Einstellungen, die wir so machen können. Und ja, wir werden gleich angucken, was hier so alles passiert. Aber als erstes wollen wir uns mal diese Komponenten hier angucken. Und zwar, hier haben wir als allererstes mal eine Capsule Component. Sorry. So, was ist diese Capsule Component? Naja, das ist eigentlich die Hitbox sozusagen. Also wenn ihr irgendwie mal ein Online-Spiel oder sowas gespielt habt, dann werdet ihr euch höchstwahrscheinlich schon über eine Hitbox aufgeregt haben. Das ist quasi das, wo man dann am Ende getroffen werden kann. Ähm, die Arrow-Komponente hier vorne, die sehen wir, ähm, ist quasi das Vorne unseres Charakters. Das heißt, wenn wir das falsch setzen, dann ist plötzlich für ihn nach vorne laufen, nach rechts zu laufen zum Beispiel, was natürlich doof wäre. Also immer darauf achten, dass euer Charakter in Richtung des Pfeils guckt. So, und dann haben wir hier noch ein Mesh. Das ist aktuell noch leer, aber das werden wir jetzt gleich ändern. Dazu gehen wir hier wieder mal in den Content-Browser. Achtung, das ist eigentlich ein anderes Fenster, aber ich habe es ein bisschen kleiner gemacht. Das heißt, wenn ihr das irgendwie so habt, dann müsst ihr trotzdem hier drüben irgendwie in euren Content-Browser navigieren können oder den halt hier irgendwo zur Verfügung haben. Ähm, und zwar unter Character Mesh findet ihr dieses SK Mannequin. Ähm, heißt dann natürlich vielleicht bei euch. Und ihr seht hier drüben, bei Skeletal Mesh ist es einfach nur leer. Das heißt, ihr könnt es hier einfach komplett draufziehen. Achtet darauf, dass ihr nicht das Skelett nehmt, sondern wirklich das Mesh hier, damit ihr auch gleich die Texturen mit draufgezogen bekommt. Und das heißt, das ist schon mal ganz wichtig hier. So, und was wir jetzt hier machen können, ist, wir haben haufenweise Einstellungen wieder. Mal, ihr könnt ja gerne ein bisschen noch genauer nachgucken. Ähm, ist vielleicht auch ganz nützlich, wenn man das ein bisschen zur Seite schiebt. So, ähm, ja, wir haben hier sehr, sehr viele Sachen, ähm, die wir in diesem Video wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, in diesem Video nicht alle durchgucken werden. Was wir jetzt aber machen, ist, wir schieben unseren Character gerade mal so ein bisschen tiefer. So, lass mich mal sehen. Ähm, nein. Okay, jetzt ist er zu tief. Ziehen wir ein bisschen hoch. Ja, so sieht doch eigentlich ganz gut aus von der Hitbox her. So ist quasi das einzige Problem. Er wird nicht getroffen, wenn er hier oben was direkt in die Birne kriegt. Aber, ich meine, das könnte man auch als Streifschuss, äh, oder, ähm, als Perücke, oder was weiß ich was. Also, das geht schon klar. Ihr könnt natürlich auch hergehen und die Capsule Component hier ein bisschen vergrößern. Ähm, zum Beispiel die Höhe auf, ähm, zum Beispiel 90 setzen. Ja, okay, ein bisschen mehr vielleicht. 95, das war zu viel, war klar. 92, ja gut. 92 sieht doch ganz angenehm aus. Ähm, und die Breite passt eigentlich ganz gut, finde ich. Also, naja, vielleicht ein bisschen zu breit. 30, ist ein recht schlanker Kerl. Ja, sieht sinnvoll aus. Ähm, und jetzt brauchen wir natürlich noch ein bisschen mehr hier. Wir haben hier eigentlich gar nichts in unserem Ding drin. Also, wir sehen auch, wir haben hier keine Animationen und sowas. Und deswegen suchen wir hier unseren Animation, äh, unsere Animationsunterkategorie. Das heißt, wir haben hier Animation Mode, Use Animation Blueprint. Das bedeutet so viel wie, es gibt einen Animations Blueprint und ich würde den ganz gerne benutzen. Aber, welcher es ist, müsst ihr hier noch einstellen. Wenn hier Nun steht, dann heißt es, dass ihr keinen ausgewählt habt. Das heißt, hier dringend euren Animation Blueprint auswählen, den ihr kreiert habt mit mir zusammen im letzten Video. Und findet ihr unter, ähm, Animations. Und da haben wir diesen Animation Blueprint hier kreiert. Und ihr seht, wir atmen hier gerade ganz sanft vor uns hin, weil wir uns aber noch nicht bewegen. Die Bewegung kommt natürlich noch. So, und, ähm, jetzt sind wir aber noch lange nicht fertig. Jetzt wollen wir hier ein bisschen was anderes noch dran machen. Und zwar, wir wollen hier was machen, was cool ist. Ähm, nehme ich eine Kamera hinten dran. Sonst sehen wir nämlich nicht, wo er hinläuft. Dann sehen wir einfach nur, ähm, dass er läuft. Und wir sehen nicht, wohin er läuft. Das wäre ein bisschen blöd. Deswegen, ähm, wir wählen hier mal ganz oben die Capsule Component an, weil da dran ist ja im Prinzip alles, äh, angelegt. Also, da dran befindet sich eigentlich auch die Arrow Component und das Mesh befindet sich auch da dran. Das seht ihr an diesem kleinen Pfeil hier vorne. So, und was wir jetzt machen, ist, wir fügen was Neues hinzu. Und zwar, einen sogenannten Spring Arm. Ihr könnt einfach Arm eingeben, dann kommt der schon. Und dieser Spring Arm, ähm, achso, ja, richtig. Ähm, den nennen wir erstmal um, äh, Kamera Halter. Das wird unsere, sozusagen, unser Selfie Stick. Und jetzt muss ich natürlich noch die Arrow Component finden. Wo ist denn die? Ah, da drüben. Okay, wir sehen hier die Arrow Component. Und wir sehen, dass unser Charakter offensichtlich nicht in diese Richtung guckt. Das heißt, ich habe den vergessen zu drehen. Was natürlich jetzt nicht so sein soll. Na, komm schon. Okay. So, 90 Grad drehen. Und jetzt müsste ich hier eigentlich... Ups, das wollte ich nicht. Hm. Ja, okay. So dürfte es ungefähr stimmen. Ähm. Und jetzt wollen wir natürlich hier diesen... Kamera Halter hier sehen wir den zwar, aber in-game ist er dann nicht sichtbar. Das ist wie, wenn ich was anderes auswähle. Also so zum Beispiel sehen wir den tatsächlich nicht. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch unsere Kamera an diesen Kamera Halter befestigen. Aber dazu möchte ich erstmal meine Kamera, ähm, nach oben schieben. Ein bisschen, so ungefähr an die Brust oder an den Bauchbereich oder sowas. Passt das eigentlich immer ganz gut. So, ähm, und jetzt brauchen wir hier eine Kamera drin. Ähm, und die kriegen wir, indem wir hier einfach Kamera eingeben. Bam. Nicht Design Camera nehmen, das ist, äh, eine spezialisierte Version steht auch dabei, ähm, die ihr hauptsächlich für irgendwelche Kamerafahrten oder sowas benutzen könnt. Ja, und jetzt sehen wir hier hinten, die Kamera ist da dran. Wir haben aber hier diese Kamera unter dem Kamera Halter dran. Das bedeutet, wir haben hier, ähm, diese Spring Arm Komponente hält die Kamera fest sozusagen. Und das soll auch so sein. Das heißt, wenn hier dieser, dieser Kamera Halter bewegt wird, bewegt sich die Kamera auch automatisch mit. Jetzt ist natürlich noch wichtig, dass wir hier, ähm, den, äh, die Kamera, ähm, dazu bringen, ne, den Kamera Halter dazu bringen, dass er sich bewegt und die Kamera nicht beweglich ist. Das heißt, wir wollen hier den Haken bei Use Pawn Control Rotation reinpacken. Und bei der Kamera wollen wir genau das rausziehen. So, wo ist es denn jetzt? Ähm, Camera Settings. Hier, äh, Use Pawn Rotation, das muss raus sein. Falls ihr das automatisch irgendwie anhabt oder sowas, das muss raus. Und das muss hier bei dem, ähm, bei dem, ähm, bei dem Camera Halter oder bei unserem Kamera Halter, ist eigentlich ja nur ein Spring Arm, ähm, muss das rein. So, und das ist eigentlich auch schon das meiste, was ihr machen wollt. So, jetzt noch ganz kurz zu dem Unterschied zwischen, äh, dem Camera, äh, dem Character und dem normalen Pawn. Hier habt ihr nämlich diese Character Movement Sachen, die ihr hier geerbt habt. Steht hinten dran, Inherited heißt geerbt. Und hier habt ihr haufenweise Einstellungsmöglichkeiten. Also ihr könnt zum Beispiel sagen, ähm, wie hoch kann er laufen? Also eine Schritthöhe zum Beispiel. Das heißt, wenn ihr Treppen lauft, was ist noch in Ordnung und was geht schon nicht mehr? Also für was muss man springen? Ähm, das kann man natürlich dann beliebig auch hochsetzen. Ähm, und ich werde jetzt hier einfach mal die, äh, Höhe von einem Sprung anpassen, damit wir nachher unsere, ähm, wunderbare Sprunganimation auch testen können. Auch könnt ihr hier zum Beispiel sagen, wie viel Prozent kann ich hier kontrollieren, in welche Richtung ich springe. Das heißt, wenn ich das hier auf 1 setze, kann ich hoch springen und kann dann sagen, ich möchte aber jetzt sofort nach hinten springen, indem ich einfach mit S mich bewege. Das ist ein bisschen hart, deswegen setzen wir das einfach mal auf 0,3 oder sowas. Wird auch noch witzig. Ähm, und ja, Air Control Boost Multiplier, klar. Also ich meine, im Prinzip habt ihr hier Tooltips überall. Könnt euch mal durchlesen, was diese ganzen Dinger bringen. Ähm, wie schnell kann er schwimmen? Wie schnell kann er fliegen? Ähm, wie schnell kann er laufen maximal? Und so weiter und so fort. Also es sind haufenweise Sachen hier. Ähm, genau. Und das ist es eigentlich auch tatsächlich schon. Jetzt können wir hier erstmal Save klicken. Und dann können wir eigentlich auch, ich glaube, ich habe irgendwas vergessen. Ich habe das Gefühl, ich habe was vergessen. Das wird mir sicher im nächsten Video noch einfallen. Aber das sind im Prinzip die grundlegenden Sachen, die ihr für euren Character Blueprint braucht. Okay. Ähm. Ja. Also lassen wir das erstmal. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe irgendwas Wichtiges vergessen. Schauen wir nochmal kurz hier durch die Eigenschaften durch. Ah, richtig. Ähm, genau. Das ist auch noch sehr, sehr wichtig. Und zwar hier bei dem Pawn. Da muss eingehakt sein. Ähm, Use Controller Rotation. Ja. Ähm, das wollen wir nicht haben. Ähm, könnt ihr euch gerne mal durchlesen, warum wir das nicht haben wollen. Ähm, das liegt daran, dass wir eben automatisch die, 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 die Rotation nicht bestimmt haben wollen, sondern wir wollen unsere Kamera eben frei bewegen. Beziehungsweise unser, unser Objekt hier, also unser Dingens. Ihr könnt es natürlich auch dran lassen, da bewegt sich die Kamera automatisch mit. Aber das könnt ihr machen, im Prinzip wie ihr wollt. Ähm, es gibt hier so viele Eigenschaften. Wie gesagt, ich kann da nicht durch alle durchgehen. Schaut es euch am besten selber an und nehmt einfach die, die ihr für den Fall braucht, was ihr eben gerade so machen wollt. Also, im Prinzip schaut ihr dann einfach, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel, ähm, Damage empfangen können. Dann sage ich hier, okay, Haken auf Damage. Ich möchte, ähm, keine Ahnung, Max, äh, Jump, Max Count. Das heißt, ich möchte mehr als einmal springen können, Double Jump und sowas. Dann stelle ich eben den Double Jump hier hoch. Und, äh, die Sachen kann man da alle eben einstellen. Also, wirklich eine sehr mächtige Klasse, aber im Endeffekt ein sehr leicht zu erstellendes Grundprinzip, was sehr, sehr stark customized werden kann. Also, angepasst an eure Bedürfnisse. Okay, das war's von meiner Seite. Wieder mal nächstes Mal gehen wir weiter. Und zwar mit dem Event Graph und so weiter und so fort, dass wir auch eben den Input empfangen können und der an unseren Charakter übermittelt wird. Gut, das war's wie gesagt. Und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Lasst mich's wissen, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, bitte schreibt einen Grund dazu, dass ich's besser machen kann. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.